Einen wunderschönen guten Tag da draußen alle begeisterten Rallye-Fans und willkommen hier zurück zu Let's Play Dirt Rallye 2.0. Wir sind bei Etappe Nummer 4 jetzt mit 7,03 Kilometer langen Änderung der Höhe 5 Meter. Scherzzeit 14 Uhr, Wetter, heftiger Regen. Also unsere erste Regenschlacht hier im neuen Rallye-Spiel müssen wir uns erstmal beweisen. Ich bin gespannt, im Regen bin ich noch nicht gefahren. Dann, der erste Part, da waren drei Etappen drin, ich hoffe euch hat es gefallen und ihr seid weiterhin dabei, dann würde mich das Ganze freuen. Wenn ihr den ersten Part noch nicht gesehen habt, dann schaut mal oben rechts in der Infokarte. Dort gibt es so ein paar Kritikpunkte, wie zum Beispiel diese enormen langen Ladezeiten, die ich aber dazu eigentlich nutzen kann, um nochmal Review passieren zu lassen, was beim letzten Mal passiert ist. War das gut, war das schlecht, war das mittelmäßig? Dazu nutze ich so ein bisschen mit euch die Ladezeiten. Fahrphysik, da möchte ich noch nicht wirklich was darüber erzählen. Ich finde es bisher gelungen, also man merkt einen Unterschied zwischen Asphalt oder auch dem Schotter. Und ich bin mal gespannt, ob wir was merken werden zwischen Regen und Trocken halt. Und ich denke mal, das werden wir sehen. Wir werden auch weniger sehen. Das kommt auch noch hinzu. Der Scheibenwischer wird ordentlich zu erarbeiten haben jetzt. Und ich will es nicht wissen, wie lange diese Ladezeit schon wieder geht. Muss der Regen erst berechnet werden? Muss er wirklich berechnet werden? Also bisher, mein Eindruck, das Spiel macht Spaß. Und das ist für mich immer das Wichtigste. Das Projekt muss Spaß machen. Im ersten Part habe ich auch noch erzählt, ich wäre in der Etappe, wenn ich nicht so viel erzählen könnte, die Synchro ist gewöhnungsbedürftig. Also das hätte man durchaus auf jeden Fall schon mal besser machen können. Aber das Positive, was sie mir letztes Mal auch gesagt hat, die sagt den Anfang schon mal. 6 rechts, macht auf, über Kuppe, bis langsam, Asphalt, 50, 1 links, macht auf, don't cut, lang, 5, viel Glück, 4, 3, 2, 1, los. Da habe ich jetzt erwartet, dass es überlappt. Auf, lang, über Kuppe, langsam, Asphalt, 50, 1 links, Abzweig, macht auf, don't cut, lang, 160, don't cut, 2 rechts, umballen, 50, don't cut, 1 rechts, umballen, don't cut, Abzweig, 1 links, Kopfstein, rutschig und kehre links, don't cut. 3 rechts, und 3 links, rutschig, in Gabel, don't cut, 3 rechts, macht auf, lang, 100, Gabel, 4 rechts, verdeckt, extra, extra, lang, macht zu, 50. Ich wollte, ja, ich wollte nach links, weil es nach links, außer, aber wir mussten ja nach rechts, Konzentration, heißt das bei mir, so, rechts. Es sah aber erst aus, als wenn wir nach links fahren müssen, nach rechts. Soll ich den Sprung voll nehmen, oder wie? Langsam, 30, 6 links, 30, Abzweig, 1 links, 30, 6 links, extra, lang, 120. Komm rum, komm rum, mein kleines Schätzchen. Das ist doch keine 6. So ein bisschen bei Regen. 5 rechts, lang, 80, gerade, Überkreuzung, in 5 links, macht zu, 4, und 6 rechts, macht auf, 80, Sekunde, Rückskand, okay. 5 links, lang, macht zu, 3, in 5 rechts, macht auf, übergucke, P4 aktuell. In 5 links, in 4 rechts, macht auf, übergucke, 80, 4 links, macht zu, Sprung, 50, Kuppe und voll links, macht auf, 6 links, übergucke. 50, Kuppe, 50, Kuppe, Sprung, und 4 rechts, macht auf, lang, übergroße Sprung, 30, Abel, 4 rechts, extra, lang, 30. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht, ich sehe fast gar nichts mehr. Macht zu, 3, 120, Achtung, langsam, 6 rechts, in 6 links, und ab, 2, 1, rechts, verdeckt, macht zu, macht auf, übergucke, in 6 links, lang, in 6 rechts, lang, macht auf, übergucke, in 6 rechts, lang, macht auf, übergucke, in 6 rechts, lang, macht auf, übergucke. Die war ich verdeckt, kam überraschend. Links, dann rechts, aber wir haben, ja, 3 Sekunden, in 6 links, in 6 rechts, lang, übergucke, in 6 links, lang, macht zu, nach Kreuzung, macht auf, lang, in 5 links, in 4 rechts, übergucke, lang, in 6 links, übergucke, in 6 links, übergucke, macht auf, über Sprung, in 4 rechts, 50, langsam, Kuppe, in Abzweig, 1 links, Asphalt, 80, 6 links, übergucke, lang, macht zu, Abzweig, 1 links, Schotter, und 5 rechts, lang, in 5 links, sehr gut genommen, in 6 rechts, in 6 links, extra, extra, lang, macht auf, übergucke, Sprung, in 6 rechts, lang, in 6 links, in, don't cut, 5 rechts, lang, don't cut, ja, natürlich, weil da was steht, in 5 links, lang, macht zu, 4, 50, 5 rechts, extra, extra, lang, nach Kreuzung, in 6 links, übergucke, lang, in 6 rechts, lang, macht auf, übergucke, 50, 6 links, in 6 rechts, in 6 links, Das ist lang, 5 rechts, übergucke, sprung, macht auf, übergucke, und sprung, lang, aufgucke, voll, sprung, 50, 4 links, eng, 80, Kuppe, voll, sprung, 100, Kuppe, voll, 50, 5 rechts, Gabel, 4 links, Asphalt, in 6 rechts, überziehen, bis Stopp, gut gemacht, Ja, das würde ich auch sagen, wir haben, 8 Sekunden, das hört sich jetzt echt nicht viel an, aber, ich glaube, hier konnte man noch nicht viel rausholen, also, im Regen kommt mir die, kommt mir die kein bisschen besser vor, Wir haben die Rallye gewonnen, Wir haben die Rallye gewonnen, Ja, wir haben sie gewonnen, Yes, wir haben die 4 Etappen gewonnen, wir haben die Rallye gewonnen, so muss das sein, So muss das sein, ich war überall schneller, außer am ersten, da war ich langsam erschrimmt, Schatzmeldungen, Oh, geringer Bremsenverschleiß, Oh, Break, Bremsenverschleiß, gibt es auch, Oh, ein aduschkarker Regen, oh, wundert mich, Steifende Kupplung angehalten, um Kühlflüssigkeit nachzufüllen, Alles klar, Und jetzt sind wieder 30 Fahrzeuge dabei, Also, das hat sich nicht geändert, Über eine Minute Vorsprung, Das ist gut, Und das bedeutet, Das haben wir das Event beendet, Und bedeutet, Als Sieger haben wir das sogar beendet, Das gibt 30 Punkte, Dann der gute Hoffnung mit 27 direkt hinter uns, Und das gibt natürlich auch Einnahmen, 41.000 Credits, Und es geht direkt weiter, Ich würde sagen, Das machen wir auch direkt, Ähm, Wir können reparieren, Und zwar die Standard Reparatur, Das kostet auch nix, Das werden wir auch gleich mal machen, Bestätigen, Jetzt will ich mal kurz gucken, Ah, Äh, Ja, Moment mal, Ich sehe doch hier, Ja, wir haben eh das Motor Tuning 4, Also, was will ich da denn hier machen, Gar nix, Deswegen starten wir direkt, Also, das Bike ist doch schon, Das Bike, Das Auto, Ist doch schon komplett fertig, Oder nicht, Also, jetzt sind wir in Muraco, In Australien, 12,34 Kilometer lang, Änderung der Höhe, 37 Meter, 14.25 Uhr, Es wird wahrscheinlich sehr warm sein, Nein, es regnet sogar, Wieder mal Regen, Glatter Asphalt, Schotter und mittlerer Schotter, Das ist glaube ich neu, Das ist drei unterschiedliche, Äh, Asphaltsorten, Sag ich jetzt einfach mal, Gibt, Das gab es in den Vorgängern, Glaube ich nicht, Das war es maximal eins, Maxim, Maximal zwei, Aber meistens wusstest du genau, Das Land hat genau die Art der Oberfläche, Immer, Das war immer gleich, Aber hier, Ändert sich das Ganze, Und ich finde die Ansagen von ihr, Die Schlimm ist gewöhnungsbedürftig, Aber die sind sehr präzise, Und wirklich sehr genau, Das ist, Das ist wieder positiv, Und ich rate euch lieber, Macht die Ansagen ein bisschen früher, Als zu spät, Weil wenn sie zu spät kommen, Und es kommt eine Haarnade rechts, Oder eine Haarnade links, Und du bist ja gerade durch eine Sechs gefahren, Dann hast du schon keine Chance mehr, Deswegen macht, Wenn ihr das, Neu spielt, Möchte ich die Ansagen, Macht sie ein bisschen früher, Und speichert die euch, Irgendwo im Hinterkopf, Und man nimmt die, Sowieso ein bisschen im Unterbewusstsein auf, Mehr oder weniger, Und, Man hat das irgendwo dann doch noch abgespeichert, Irgendwann in der Übung, Deswegen lieber, Lieber die Ansagen, Früher, Als zu spät, Ja, Das ist ganz, Ganz wichtig, Meiner Meinung nach, Ich werde das so machen, Dass ich versuche, Bei den jenen Part, Zwei Etappen euch zu präsentieren, Das wird so ein bisschen, Der Verlauf sein, Und ich versuche vielleicht täglich, Zwei Parts, Am Anfang raus zu ballern, Jetzt bei Release werden es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr sein, Weil ich dieses Spiel, Oder weil ich mich auf dieses Spiel so sehr gefreut habe, Das was ich während der Etappe nicht erzählen kann, Kann ich euch ja dazwischen erzählen, Also, Ich denke mal, Das Spiel kommt nicht zu kurz, Und ich komme hoffentlich auch nicht zu kurz, Start, Neu Minuten, Sehr wahrscheinlich kann man übrigens nicht, Das war das Tor, Das war das Tor, Was sie meinte, Das habe ich jetzt auch nicht so unbedingt verstanden, Tor, Jetzt habe ich es verstanden, Wollen wir mal wieder reinkommen, Hier, Habe ich acht Sekunden gekostet, Aber neun auf den aktuell führenden, 50, Brücke Asphalt, In drei rechts, Macht zu, Brücke, 30, Kuppe, In vier links lang, Macht zu, Asphalt muss ich unbedingt besser sein, 30, Sechs rechts, In drei links lang, 50, Durchgatter, Asphalt, 80, Voll mittig, Über Kuppe lang, Ein hundert rechts, Abzweig, Cut, Wo? Hier, Da habe ich jetzt zum Beispiel enorm viel Zeit liegen gelassen, In vier rechts, Macht zu, Über Kuppe, In fünf links lang, Macht auf, Haben aber was gewonnen, Bitte was für ein Baby? In vier rechts lang, Macht auf, In Asphalt, Fünf links, Sehr lang, Macht zu, Riesenfehler, Aber abgefangen, Darum geht's, 120, Schotter voll mittig, Über Kuppe und Gatter, 30, Vier rechts, Sehr lang, Über Kuppe, In sechs links, In sechs rechts, 30, Fünf links, Sehr lang, Macht zu, Vier, Auf Kuppe, In Achtung, Vier rechts lang, Macht zu, In zwei links, Don't cut, Nochmal was gewonnen, Okay, Sieht man auch links, In drei rechts lang, Macht zu, Zwo, Wenn grün ist, Haben wir was aufgeholt, Rot haben wir verloren, In vier rechts, 30, Links abzweig, Don't cut, Durch Toreng, 50, Fünf links, In fünf rechts, In fünf links lang, In fünf rechts, Bleibt lang, Macht auf, Über Kuppe, Zwo mal, Ich hoffe, Dass du auch lang bleibst, Im Cockpit, Fünf rechts, Durchsenke, Und sprung, In fünf links lang, Über Kuppe, Macht zu, Vier, In sechs rechts, Über Kuppe lang, Macht zu, Vier, Eng, In Achtung, Fünf links lang, Macht zu, Zwo, Über Kuppe, 30, Da war was verloren, Okay, In vier rechts lang, Macht zu, Drei, Macht auf, Über Kuppe, In vier links, Don't cut, Über Brücke, Eng, 80, Kuppe, Und drei links, Macht auf, Kuppe, Und drei links, Macht auf, Über Kuppe, Die war sehr eng, Die Brücke, Gibt es für vier Sekunden, Eigentlich wäre es vorbei, Ab ins Wasser, Ab ins Wasser, In voll mittig, Über Kuppe, 60, Drei rechts lang, Guck, ob ich das trotzdem noch gewinne, Eigentlich dürfte ich es nicht mehr gewinnen, Mit den Fehlern, Eins links, Eins links, Macht auf, Über Kuppe, In sechs links, In voll mittig, Über Kuppe, 30, Fünf links, Über Kuppe, 30, Senke in fünf rechts, Extra lang, Macht zu vier, Über Kuppe, Macht auf, In voll rechts, Über Kuppe, Wissen die Frage, Sind ja die vier Sekunden schon drauf, Also die hat's, In sechs links, In fünf rechts, Auf Kuppe, In vier links lang, Macht zu drei, Macht auf, Über Kuppe, 30, Fünf links, In voll rechts, Übersprung, Maybe, 30, Maybe, Oder? In drei links lang, Macht auf, Über Kuppe, In vier rechts lang, Macht zu, Über Kreuzung, Gerade, In drei links lang, Über Kuppe, In drei rechts, Gerade war wichtig, Macht auf, 40, Sechs rechts lang, Auf Kuppe, In don't cut, Drei links, Lang, Komm raus da, Ich hab was aufzuholen, Macht zu, War ja noch fast verloren, Der, Der Fynn ist ganz gut unterwegs, Ich hab das Gefühl, Hinten links stimmt was mit dem Wagen nicht, In zwei rechts, Macht zu, Don't cut, In sechs links, In zwei rechts, Macht zu, Durch Gattereng, Macht auf, Über Kuppe, In sechs links, In sechs rechts, Über Wellen, Maybe, In sechs links, In fünf rechts lang, Macht zu, In sechs links lang, Macht zu, Fünf über Kuppe, In sechs links, Mit die kalten, Über Kuppe, 30, Sechs rechts, 30, Sprung, In vier links, Macht zu, Drei, Durch Tor, Eng, Fünf Sekunden, Oh, Klauer beim Tor vorbei, In drei links, Macht auf, Don't cut, Durch Gatter, 50, Voll mittig, Übersprung, 80, Asphalt, Vier rechts, Macht zu, Schotter, In vier links, Macht zu, Über Kuppe, In vier rechts, Macht zu, In drei links, In vier rechts, Über Kuppe, Über Kuppe, In fünf rechts, Über Kuppe, In vier links, Übersprung, Macht zu, Drei, In drei rechts, Über Kuppe lang, Macht zu, Zwo, In links, In links, Abzweig, Macht auf, In sechs rechts, Über Kuppe, Über Ziel, zum Stopp, War, Wir haben noch ordentlich Aufgeholt, Zum Schluss, Dann waren es nur 2,2 Sekunden, Also, Der hintere Bereich, Damit war ich deutlich Zufrieden, Als mit dem Anfang, Aber, Holla die Waldfee, Das war gar nicht so Einfach, Ja, Zum Schluss, Zum Schluss, Neun Minuten, Neun Minuten, Volle Konzentration, Zwei Sekunden dahinter, Der eine Bockmister, Der eine richtige Bockmister, Der hatte richtig weh, War, Ja, Reifen läuft nicht rund, Das habe ich gemerkt, Dass der nicht mehr rund lief, Ich hoffe, Euch hat es wieder gefallen, Wenn ja, Lasst es mich wissen, Mit einem Daumen noch umschreiben, Kommentar um, Wir sehen uns wieder, Wenn es wieder ist, Let's play Dirt, Ready 2.0, Also, Mach's gut, Hau da rein, Oh, Tschüss!